6 Uhr. Wir sind bei den Zauberlehrlingen und werden vielleicht Zeuge, wie aus einfachem Metall Gold wird. Der Alarm geht gleich weg. Hi, ich bin Jenny, bin 25 und bin ausgelernte Galvaniseurin. Moin, ich bin Olaf, bin 30, bin auch ausgelernter Galvaniseur. Wir sind hier bei Mont Blanc und das hier ist die Spitze eines unserer Schreibgeräte. Diese ist hier jetzt platiniert und das machen wir unter anderem in der Galvanik. Okay, das mit dem Gold ist so eine Sache, aber spannend ist es auf jeden Fall. Hier lasse ich jetzt heiß Wasser einlaufen, die anderen Bäder sind schon alle voll und dann kann es losgehen. Und damit wir morgens vernünftig anfangen können, müssen wir natürlich unsere Elektrolyte einstellen. Wir haben hier verschiedene Bäder mit diversen Chemikalien drin, in denen beschichten wir unsere Metallteile. Und damit das vernünftig funktioniert, muss ich jetzt unser Messgerät eicheln. Und dann natürlich jedes Becken prüfen. Die Metallteile werden natürlich nicht einfach in die Becken geworfen, sondern akribisch vorbereitet. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017